Beschleunigungs-Rennen, Rundkurs-Rennen und Sprayns. Ich weiß nicht, ob es da noch was gab. Ich glaube, es gibt noch ein viertes Symbol. Keine Ahnung. Falsch mit Automatik. Geil. Da fragst du, warum ich so rum war, ja. Du machst hinten was kaputt. Dann kommst du dir auf die Idee. Man soll nicht auf die Map schauen. Hoho. Danke Schauf. Alter. Wie habe ich aufgezeichnet. Ah shit, ich wollte schrammen, das ging aber nach hinten los. Fang mich doch, fang mich doch. Lalalalalala. Kriegst mich nicht, kriegst mich nicht. Lalalalalala. Jetzt wirst du mal sehen. Ich bin ein kalter Stein. Du bist eine Lahme-Ende. Lalalalalala. Ich bin ein kalter Stein. Ich bin ein kalter Stein. Ah, das war echt böse Shit. Ich bin ein kalter Stein. Juhi. Komm schon, gib Gas! Wenn was schon hinten liegt, sollte man keine Autos haben. Nö, sollte man nach Möglichkeit doch ein bisschen versuchen zu vermeiden. Bist du kurz vorm Ziel? Äh, natürlich noch keins. Sag einfach Bescheid. Weil? Au, Mist! Dass ich das einschätzen kann. Au, 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 Au! Kurz zum Ziel! Ziel! Irgendwas schief. Was? Wieso? Ach, ich soll nicht auf Sachen schauen. Ne, das müssen wir noch mal versuchen. Boah, knapp 20 Sekunden hinter dir. Das ist ja gar nicht so schlimm. Ich bin nicht so schlimm. Ich bin nicht so schlimm. Ich bin nicht so schlimm.